Die Rüsselnasen der Saiga-Antilopen sind riesig. Die Nasen haben eine wichtige Funktion für die Tiere. Auf ihren langen Wanderungen durch die Steppen Kasachstans können die Saigas 80 Kilometer und mehr an einem Tag zurücklegen. Dabei sind sie erstaunlich ausdauernd. Selbst bei Temperaturschwankungen von minus 30 Grad im Winter bis weit über 30 Grad im Sommer. Dabei hilft den Antilopen ihr enormer Rüssel. Ein dichtes Netz aus Nasenhaaren und Schleimdrüsen wirkt wie ein Staubfilter mit eingebautem Luftbefeuchter. Damit das Blut der Saiga beim Laufen nicht überhitzt, funktioniert die Nase wie ein Wärmetauscher. Im Sommer kühlt die stark durchblutete Nasenschleimhaut das Blut ein paar Grad herunter. Im Winter wird die eisige Atemluft im gewundenen Inneren der Nase auf eine angenehme Temperatur vorgewärmt. Doch die Nase kann noch mehr. Zur Brunftzeit schwellen die Rüsselnasen der Saigermännchen stark an. Der vergrößerte Resonanzkörper verstärkt ihre Laute. So zeigen sie den Weibchen, wie groß und kräftig sie sind und demonstrieren den Rivalen, wem der Harem gehört. So zeigen sie den Weibchen, wie groß und kräftig sie sind. Untertitelung des ZDF, 2020